Als der Erdfall eingetreten ist, haben wir viele Probleme gehabt. Vor allem waren die Immobilien immer ein Streitpunkt, weil jeder andere Interessen hatte. Wir haben Zinsen entschlossen, Gottschling Immobilien mit dem Verkauf der Immobilien zu beauftragen. Und das war super easy. Wir mussten uns dann um nichts weiter kümmern. Ob Energieausweis, Mietaufstellung oder Copy der Bauakte, alles wurde für uns beschafft. Dabei ging der Verkauf sehr schnell. Acht Wochen später war der Verkauf überkundet und wir konnten dabei mit einem noch höheren Verkaufspreis erhalten, als wir das erhofft haben. Vielen Dank für den professionellen Hilft und Verkauf zum super Preis!